360Football hier, mein Name ist Nick und heute schauen wir den schwachen Fuss an und zwar wie man den effektiv in einer Trainingseinheit trainieren kann. Die ganze Trainingseinheit dauert ca. 45 Minuten. Reden wir nicht zu lange um den heißen Brei rum. Starten wir mit dem ersten Punkt. Bevor wir mit den ersten Übungen starten, warum trainieren wir den schwachen Fuss spezifisch? Wir sagen gerade, wenn das schwache Fuss einen Spieler zurückhält, wenn es eine Schwäche ist, die wirklich auffällt, dann muss man ihn unbedingt zusätzlich trainieren, dass man ihn auf ein gutes Level bringt. Gute Ballannahmen, gute Passqualität oder auch als Offensivspieler Schüsse, Abschlüsse im Sechzehner, das muss drin liegen. Er muss jetzt nicht unbedingt so gut sein wie der starke Fuss, wäre natürlich optimal, aber es gibt viele Spieler wie Robben Erzals natürlich bekanntes Beispiel, der vorwiegend mit dem linken Fuss gespielt hat. Aber es gibt auch andere Beispiele wie Dembele, der rechts und links extrem stark ist. Und sicher wichtig zu wissen, auch ein Arjen Robben beispielsweise kann mit dem rechten Fuss den Ball sauber annehmen, sauber spielen. Also auf dieses Level oder auf ein gutes Level muss man ihn unbedingt bringen. Als erstes wärmen wir uns mit ein bisschen Ballhandling auf, das ist noch etwas locker und hier fokussieren wir natürlich auf den schwachen Fuss. In dem Fall beim Devin. Hast du überhaupt einen schwachen Fuss? Ja, beide. Beide sind schwach. Nein, den linken Fuss machen wir. Let's go! Also ich zeige es immer da kurz vor. Erste Übung, mit der Innenseite gerade nach vorne spiele und tack, 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 tack. Genau, schön gerade nach vorne, locker machen wir da ein paar Sekunden. Ihr könnt da natürlich ein bisschen länger machen. Gesamthaft für das Ballhandling rechnen wir zehn Minuten ein. Dann genau dasselbe für den Vollspann, dass wir hier das Gefühl aufbauen, tack, 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 tack. Auch schön nach vorne spielen. Genau. Du spielst ihn jetzt noch ein bisschen mehr mit dem Aussenriss. Du kannst auch versuchen, mal noch mehr den ganzen Fuss ein bisschen gerade halten. Hilft noch ein bisschen mehr, die Spannung aufzubauen. Am Anfang fast ein bisschen unangenehmer. Das ist ein kleines Detail. Der näht sich bitte. Nein, aber passt, passt. Gut, das war eine zweite Beispielsübung. Das reicht schon. Dann eine nächste für die Sohle. Haben wir so, zack, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Genau, ganz über den Ball. Du machst jetzt eine andere Variante. Ja, genau, genau. Wir ziehen ganz über den Ball. Vier, eins, zwei, drei, 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 vier. Genau, mach nur zwei, drei. Oh, dann die nächste. Haben wir eigentlich Außenseite, Innenseite. Kleinen Schritt dazwischen. Tak, 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 oh. Nochmal, zack. Außen, innen, außen, innen. Kleiner Schritt. Ja, aber am Anfang doch noch recht unangenehm, aber auch deswegen gut zum Reinkommen und gibt viele Ballkontakte. Das ist natürlich das Wichtigste. Viele Ballkontakte mit dem schwachen Fuss. Da gibt es natürlich noch weitere Ballendingübungen. Man kann auch die Klassiker machen, wo man hier beide Füße dabei hat, aber so mit ein paar Übungen zuerst mal Fokus auf den schwachen Fuss. Das war's. Gehen wir weiter. Erster Ballkontakt und Passqualität. Wir starten hier ganz einfach und wir planen auch hier circa zehn Minuten ein. Da kann man dann ein bisschen variieren. Easy. Linker Fuss. Direkt. Bam, 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 bam. Und da kann man ein bisschen näher gehen. Ein bisschen weiter. Und so weiter. Wir nehmen jetzt hier einen Rebounder, aber das könnt ihr auch auf einem Betonplatz machen. Genau, ein bisschen näher. Dann ein bisschen weiter wieder weg. Sehr gut, sehr gut. Genau, so ein bisschen dranbleiben. Dann kann man sich als Ziel setzen, beispielsweise eine Minute dranbleiben oder 30 Sekunden, zweimal 30 Sekunden. Das überlassen wir euch. Dann die nächste Übung auch noch simpel. Spielen, Innenseite. Spielen, zack. 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 Eins, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und passt. Nächste Übung nämlich geht so. Du spielst jetzt sogar mit dem Rechten hin, aber du nimmst dann zack. Außenseite, zack. Innenseite spielst, okay. Außenseite, zack. Innenseite spielst. Genau, sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Dann kannst du steigern, auch Risiko nehmen, auch wenn mal ein Fehler passiert. Sehr gut, sehr gut. Zehn, neun, Bonus, komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja, bist gut. Reicht, reicht. Das war's für diese Station, würde ich mal sagen. Gehen wir weiter. Dritte Station, Slalom-Ballkontrolle. Dritter Teil, Ballkontrolle. Natürlich empfehlen wir den Spielern in den meisten Fällen mit dem starken Fuss den Ball zu führen, wenn man auch wählen kann. Aber es gibt Situationen, wo man auch den schwachen Fuss dazu nehmen muss. Erstens das. Zweitens haben wir mit diesen Übungen hier einfach noch mal viel mehr Ballkontakte und haben so allgemein ein besseres Gefühl. Ich zeige mal die erste Übung vor, die ist ganz einfach. Wir haben hier die Markierungshütchen für ein grösseres Slalom aufgebaut und dann gehst du hier, zack, gehst du hier, gehst du hier und dann natürlich mit der Zeit kann man das Tempo steigern, wieder rauf und dann als Beispiel dreimal hoch runter. Und los. Ja, genau. Fühlt sich komisch an am Anfang, gell? Genau, genau. Gut so. Jawohl. Und dann schon ein bisschen schneller. Genau im Notfall natürlich korrigieren, auch mit dem starken Fuss müssen wir nichts Künstliches machen. Devin hat ja auch noch zwei Infos hier, zwei Ideen. Das heißt, du kannst sie selber zeigen und dann gleich selber durchziehen. Um das Hütchen herum. Ja, dann einmal von der Innenseite. Einmal von der Außenseite. Okay, immer so rundherum. Pause kurz. Geht's uns auch noch in die Kondition, ha? Hopp. Noch eine dritte Variante. Dann abbrechen kurz, zack. Stoppen, zack. Jawohl. Weiter, weiter. Jawohl. Und auch hier wieder locker reinkommen. Und dann aber noch ein bisschen mehr durchziehen. Durchziehen. Okay, komm. Risiko. Mach Risiko. Egal, wenn ein Fehler passiert. Komm. Ah, passiert. Das sind ein paar Ideen. Gesamt auf ca. 10 Minuten hier Gas geben. Und dann bist du schon ein Stück weiter mit deinem schwachen Fuss. Gehen wir weiter zu den Abschlussübungen. Wahrscheinlich dein Lieblingspart. Schauen wir mal mit dem linken Fuss. Natürlich, das Video ist gedacht für jemanden, der alleine trainiert. Das heisst, wir machen auch hier den ganzen Ablauf, dass Devin das alleine machen kann. Und vielleicht machen wir aber ganz am Schluss noch einen Bonus, wo ich dir die Bälle zuspiele. Falls ihr mal zu zweit seid. Ball führen. Finte vor den drei Markierungshüten nach innen ziehen. Boom. Tempo. Immer wieder starten, wenn man ready ist. Finte. Ich erwarte jetzt ins Kreuz oben links. Ist das gut? Also. Volles Risiko. Komm. Oh. 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 Oh So monoton ist. Oh! Das ist der Ball jetzt. Weiter, komm! Oh! Hier übrigens machen wir 15 Minuten. Es kann aber auch länger sein, 20 Minuten. Wir haben mal 15 Minuten eingeplant. Und pro Übung ist man hier natürlich ein bisschen länger dran, gerade auch wenn ihr nur 1, 2 oder 3 Bälle da habt. Geduld da. Aber die Finden waren schon mal nice. Also hier jetzt ist Devin mit dem Rücken zum Tor. Wer hier hat den Ball, spielt den sich selber. Genau, sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt kommen die Schüsse. Passiert, passiert. Ja, klasse. Und jetzt. Das war top. Jetzt machen wir noch Bonus. Falls ihr zu zweit seid, könnt ihr auch vor allem hier bei den Abschlussübungen natürlich die Pässe sich gegenseitig zuspielen. Bamm, nach innen nehmen. Schuss, okay. Schnell abschließen. Sehr schön. Das waren die Beispielsübungen für die Abschlüsse. Hier könnte man natürlich mit den Positionen variieren und andere Übungen mit einbauen. Aber so habt ihr erst sehr simple Ideen, wie man das Ganze alleine umsetzen kann. Das war das ganze Training für den schwachen Fuss. Und vor allem auch ein Aufbau oder ein Konzept, wie wir so ein Training aufbauen würden. Zusammenfassen, Ballhanding zum Aufwärmen, dann Passübungen, ersten und erster Kontakt. Dann Ballkontrolle mit ein bisschen größeren Slaloms und dann in die Schussübungen gehen. Jetzt als Flügel- oder Außenverteidiger könnte man dort vielleicht auch Flanken einbauen. Aber so ein Aufbau mit diesen Beispielsübungen, das wäre schon mal sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked, kommentiert, subscribt und schreibt in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. VAMOS! 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 VAMOS!